Hallo zusammen, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Ihr habt es mit Sicherheit inzwischen alle mitbekommen. Gestern hat die kommende deutsche Bundesregierung ihren Koalitionsvertrag veröffentlicht und da steht es schwarz auf weiß drin. Sie wollen und sie werden Cannabis legalisieren. Damit ist eine große Frage beantwortet, aber es sind ein paar neue Fragen jetzt in den Mittelpunkt gerückt und ich möchte einfach heute euch mal meine Einschätzung zu ein paar Fragen geben, die mir sehr oft gestellt wurden in den letzten Stunden oder auch Tagen und ich zeige euch, warum ich das Ganze mal wieder viel positiver sehe als viele von euch und hoffe, dass ich dem einen oder anderen damit auch Mut machen kann oder die ein oder andere Sorge nehme. Zunächst einmal freue ich mich, dass ich aber endlich nicht mehr so oft darüber reden muss, warum wir Cannabis legalisieren müssen. Nein, es geht heute tatsächlich um die Fragen, wie legalisieren wir Cannabis, wann legalisieren wir Cannabis und wie lange wird Cannabis legalisiert bleiben, ist tatsächlich auch ein Thema. Ich steige aber erst nochmal damit ein, dass ich euch diesen Text, der in dem Koalitionsvertrag drinsteht, noch einmal zum Besten gebe, denn das muss man sich wirklich nochmal geben. Es ist wirklich schön zu lesen. Wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ein. Dadurch wird die Qualität kontrolliert, die Weitergabe verunreinigter Substanzen verhindert und der Jugendschutz gewährleistet. Bravo! Das Gesetz evaluieren wir nach vier Jahren auf gesellschaftliche Auswirkungen. Punkt. Das war's, das steht da drin. Das ist natürlich kurz und knapp, das lässt also einige Fragen offen und es entsteht auch eine neue Frage, mit der ich jetzt einfach mal einsteige, weil die sehr vielen Menschen ein paar Fragezeichen über dem Kopf beschert hat. Das neue Gesetz soll also nach vier Jahren evaluiert werden. Bei vier Jahren gehen natürlich schon die Alarmsirenen an, denn das ist eine Legislaturperiode. Das heißt, nach vier Jahren könnten wir eine völlig andere Regierung haben, die das ganze Thema Legalisierung völlig anders sieht. Ich habe da schon eben die Kommentare gehört oder gelesen, wie nach vier Jahren kommen die Unionsparteien und machen uns die schöne Legalisierung doch sowieso wieder kaputt. Ich sehe das völlig anders und das erkläre ich euch auch kurz. Ich finde es zum einen total richtig und auch begrüßenswert, dass wir dieses Gesetz evaluieren. Wir sollten eigentlich jedes Gesetz ab und an evaluieren und mal auf den Prüfstand stellen. Wenn wir das mit dem Betäubungsmittelgesetz machen würden, dann hätten wir die Legalisierung tatsächlich schon lange erreicht. Aber man muss doch wirklich ein Träumer sein, wenn man davon ausgeht, dass dieses neue Cannabis-Gesetz auf einen Schlag alle Probleme löst. Nein, das wird es nicht und es werden sogar neue Probleme entstehen. Das verspreche ich euch jetzt schon. Und deswegen ist es richtig und wichtig, dass wir dieses Gesetz auf den Prüfstand stellen und einfach mal schauen, was hat denn diese wahnsinnige Änderung, die echt geschichtlich einmalig ist, für Auswirkungen auf unsere Gesellschaft. Und dann können wir auch gewisse Stellschrauben drehen. Selbst wenn die Union, und da ist schon der erste Haken, ich glaube nicht daran, aber selbst wenn die Union in vier Jahren dann bei der nächsten Wahl wieder an die Macht kommen sollte, bin ich sehr überzeugt davon, sie können das Rad nicht mehr zurückdrehen. Wir bauen hier ja auch dann irgendwie eine Industrie auf. Da sind überall Geschäfte, da sind entkriminalisierte Menschen, da sind abgeschlossene Strafverfahren. Das wird nicht funktionieren, auch aus dem Grunde, weil diese ganzen schlimmen Befürchtungen, die die Unionspolitiker ja immer ins Feld geworfen haben, nicht eintreten werden. Wir haben also vier Jahre erprobt und ihnen brechen Stück für Stück ihre Argumente weg. Jetzt kommt aber noch der nächste Punkt dazu. Bei dieser Abstimmung über das Gesetz, das ja erstmal noch geschrieben werden muss, ich habe das schon mal gesagt, das kommt ja erst zur Abstimmung in den Bundestag. Und bei dieser Abstimmung stimmen auch die Unionspolitiker mit ab. Und es wäre doch total toll, wenn wir auch die überzeugen können, für eine Cannabis-Freigabe zu stimmen. Idealerweise sogar schon im Bundestag, gar nicht im Bundesrat, zu dem komme ich gleich noch. Denn, wenn wir dieses Gesetz nach vier Jahren evaluieren und auf den Prüfstand stellen, ist das doch auch ein wunderbares Entgegenkommen an die konservativen Politiker. Ihnen zu sagen, hört mal zu, wir probieren das jetzt, weil wir davon überzeugt sind, aber wir geben allen die Chance, nach vier Jahren zu sagen, hey, das war alles Quatsch, Mist, jetzt sind alle faul und dumm und kriegen nichts mehr auf die Reihe, weil alle kiffen. Wir müssen das sofort wieder ändern. Das ist doch auch ein schönes Zugeständnis an die Unionspolitiker zu sagen, hey, wir haben die Chance, das Rad nach vier Jahren zurückzudrehen. Wenn das alles wirklich so schlimm ist, wie ihr befürchtet, dann könnt ihr oder können wir das doch nach vier Jahren einfach wieder ändern. Denn so steht es im Gesetz. Und vielleicht schaffen wir es mit diesem Zugeständnis sogar die ein oder andere Zustimmung im Bundestag oder auch im Bundesrat zu erreichen. Und ich hoffe, dass wir auch weiter in den nächsten vier Jahren argumentieren, nicht nur mit der Praxis, die dann endlich auch praktiziert wird, sondern auch mit Argumenten können wir den Unionspolitikern auch weiter erklären, da sie auf dem Holzweg sind, wenn sie weiter gegen eine Legalisierung sind. Und ich bin mir ganz sicher, dass in gar nicht allzu ferner Zukunft kein Politiker mehr für eine Prohibition von Cannabis plädiert. Das ist meine Einschätzung zum Ganzen. Ich bin gespannt, wie ihr das seht. Ich komme zum nächsten großen Thema und Aufreger. Das ist das Thema Eigenanbau. Ganz viele Menschen sind total enttäuscht, dass da jetzt kein Wort vom Eigenanbau steht. Und es gibt auch viele Gerüchte, auch wohl aus Politikerkreisen, dass der Eigenanbau nicht freigegeben werden soll, dass man sich keine drei Pflanzen zu Hause anpflanzen darf. Das wäre natürlich schade und das ist auf jeden Fall kritisierbar, mehr als kritisierbar, denn wir dürfen uns ja auch ganz viel Tabak zu Hause anpflanzen. Beim Alkohol gibt es ja, glaube ich, auch gerade Einschränkungen, aber am Ende sehen wir doch auch beim Alkohol und beim Tabak, dass es da nicht einen wahnsinnig großen Schwarzmarkt gibt, vor dem wir Angst haben müssen. Die Wirtschaftskraft wird trotzdem groß genug bleiben. Aber jetzt kommt mal der ehemalige Gerägerrohr in mir raus. Ja, ich habe selber 15 Jahre mehr mein Cannabis selber angebaut. Ich verstehe euch total, dass ganz viele von euch, die das vielleicht auch schon ganz lange machen, gar keinen Bock haben, sich irgendeine Sorte irgendwo kaufen zu müssen, sondern die wollen sich ihre eigene Qualität, von der sie wahnsinnig überzeugt sind, zu Hause anpflanzen. Wenn jetzt aber Cannabis legal ist, dann werdet ihr, werden wir doch gar nicht mehr so verfolgt werden. Ich bin mir ganz sicher, so ein bisschen Cannabis-Geruch, wenn ich jetzt die Polizei rufe, weil ich bedroht werde zu Hause zum Beispiel, und die riechen dann Cannabis, dann werden die nicht mehr auf einmal eine Hausdurchsuchung machen und die drei Pflanzen irgendwo im Schlafzimmer suchen, sondern die werden sich wirklich um die Sachlage kümmern, um diese Bedrohung, die jetzt gerade fiktiv stattgefunden hat. Wir werden nicht mehr so verfolgt werden. Und selbst wenn einer mal Pech hat, weil es bei ihm zu Hause brennt und es wird eine Grow-Anlage entdeckt, dann wird er eben nicht mehr nach dem Betäubungsmittelstrafrecht angeklagt, sondern vielleicht noch wegen Steuerhinterziehung, vielleicht gibt das eine Ordnungswierigkeit, keine Ahnung. Da kenne ich mich jetzt tatsächlich nicht so gut aus, habe mich auch nicht gut genug vorbereitet, um das euch jetzt zu erklären, aber ich bin mir ganz sicher, dass die Strafen, im Vergleich zu diesen verheerenden Strafen, die im Moment noch gedroht haben mit jahrelangen Gefängnisstrafen, wo man auf der gleichen Stufe wie ein Vergewaltiger angeklagt wurde, nur weil man ein paar Pflanzen im Garten stehen hat, das ist beendet. Das heißt, ihr, die das eh schon lange erprobt seid oder die das vorhabt, das Risiko ist viel, viel, viel kleiner dann, wenn wir legalisiert sind. Und ich bin mir sicher, dass es auch gar nicht mehr so viele Strafverfahren geben wird, weil gar nicht mehr so viel entdeckt werden, weil auch gar kein Verfolgungsdruck mehr da ist, weil auch die Polizisten und Staatsanwaltschaften dann endlich sich um richtige Verbrecher und richtige Kriminelle kümmern. Die Zeit wird es zeigen, auch da ist das natürlich nur meine Einschätzung, aber ich denke, wir können auch das positiver sehen und wir können weiter, denn das Gesetz wird erst noch geschrieben. Ich betone es nochmal, wir können weiter argumentieren. Schreibt die Politiker an, macht Druck, argumentiert aber positiv, erklärt ihnen, warum das so keinen Sinn macht, warum der Eigenanbau unbedingt ein Thema in diesem Gesetz sein muss. Ja, da sind wir auch beim Thema Strafverfahren. Das ist ja auch eins, was ganz viele interessiert, genauso wie das Thema Führerschein. Ich fange mit den Strafverfahren an. Es wird, denke ich, auch ab jetzt schon gar nicht mehr so die Verfolgung stattfinden. Das heißt nicht, dass ihr jetzt kiffend hier durch die Gegend laufen sollt, aber die Staatsanwaltschaften müssen nicht mehr ermitteln. Ja, den mussten sie auch vorher nicht, aber jetzt haben sie auch wirklich eigentlich keine richtige Grundlage mehr, denn sehr wahrscheinlich ist, bis dann mal ein etwaiger Prozess starten würde. Es kann aber schon legal und die machen sich alle nur noch lächerlich. Also ich glaube zum einen, dass es kaum noch Strafverfahren geben wird, außer vielleicht im tiefsten Bayern und ein bisschen hier in Baden-Württemberg, aber zum anderen, ja, dass die dann auch sowieso gut ausgehen. Also kämpft, wenn ihr jetzt auch in irgendwelchen Strafverfahren drin denkt, kämpft für euer Recht. Die Legalisierung wird kommen, ich bin ganz, ganz sicher. Und wir werden auch vor Gerichten ganz, ganz tolle Entscheidungen erzielen, die uns auch gesellschaftlich wieder weiterbringen. Da bin ich ganz fest von überzeugt. Ich wollte eigentlich noch ein paar andere Punkte angehen, aber ich merke, ich habe schon ganz schön viel geredet. Ich mache dazu einfach nochmal ein Video. Ich bin gespannt, was ihr zu meinen Thesen sagt, ob ihr mir widersprecht, das dürft ihr sehr gerne, oder ob ihr mir zustimmt. Hinterlasst gerne einen Kommentar, was ihr so dazu sagt. Und abonniert natürlich auch sehr, sehr gerne meinen Kanal. Folgt mir auch auf anderen Social Media Kanälen, wenn ihr Bock dazu habt und wenn nicht, dann nicht. Ich wünsche euch trotzdem einen guten Tag und hab euch lieb. Vielen Dank.